ok also beim dings vor ging es nicht, es ging nur beim essen das essen hat uns jetzt gerade das leben gerettet also wir mussten jetzt gerade die materie kreisen ging nicht anders, wir hätten niemals schnell genug essen jetzt gefunden weil jetzt einfach ganz schnell uns auf den weg machen, ich komme mal auf die mini mehr kurz essen gab es wahrscheinlich hier oben ein bisschen was das würde jetzt in kleiner laufgegen zeit wir brauchen nicht direkt essen sondern wir bauen jetzt hier holz, wir brauchen richtig holz weil wir müssen jetzt die farm bauen pick up the ring from mid, ok, gut so so und dann geht es ins hölz abschlachten jetzt hier na mitnehmen soll es, ach komm ich halt auf den ring ich habe ja noch nicht gerafft wozu der da sein soll soo 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 und die blume und dann nehmen wir hier noch die drei großen bäume mit und dann sollte es uns mal reichen für die drei großen bäume können wir auf jeden fall dann dieses zweite ding machen sehen wir gleich, warte mal, wir sind jetzt gleich wartet kurz ab, wir werden es gleich sehen soo 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 ich wohne, dass wir gleich ein kleiner ruck da drin waren ich habe jetzt kurz mal die online unterbrochen, damit sich die stimme nicht zu sehr verschiebt hier soll er bei, geht er, passiert er bei Frips manchmal wo ich das bei den neuen, was er nicht mehr hat, aber ich würde mich nicht drauf einkommen lassen soo oh ok, da ist die Axt kaputt gegangen da war natürlich gleich noch eine Plack 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 klack uns das sehr interessant es hier aber Ui ist 되게 bin da war ein du du, du, du du kann nicht hier unter cried ja dann war ein du, du, du drinnen kann ich hier runter lang zu bauen weg 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 und ja dann noch dann haben wir uns glaube ich voll klack 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 ich glaube ich jetzt der holzfeder wäre das wäre das die alles hier für mich aber leider bin ich dich durch wenn man sich verpiss ich mich ich alles gesehen haben jetzt geister bäume und der ganzen spaß hier geht ja gut ab hier die will begetting dark soon okay so feiern die nächte sind ja nicht mehr ganz zu lang im moment wo wir müssen okay durch den kreis des bösen auch wenn ich da drinnen bin kriege ich abzug oder wie oder die allgemeine abzug ich glaube ich krieg gerade allgemein abzug da lag übrigens der stöpsel noch wir müssen nach unten nicht noch zur seite richtig da bin ich nicht schneller hier muss ich lang auf den weg und jetzt kommen auch rechtzeitig an sehr schön das nehme ich noch die ist wertvoll dies ist wertvoll Cort aber gerade es ist employer gut sehr schön in der sitz der ersten bern fertig jetzt auch ganz schnell hier auf Flup! Äh, wie viel haben wir denn da von hier gerade? 20, ich komm. Okay, alles klar. So. Gut, jetzt können wir mich die Farm herstellen. Erstmal kann ich die zwei Dings mal mit der Maschine bauen. Das hätten wir jetzt noch zweimal... Ah, kann ich nicht, weil mir das Gold fehlt. Oh, nee. Naja, ich kann sonst sobald die Farmen bauen. Jetzt hält mir das noch. Äh, hab ich hier... Chester hat nichts Besonderes mehr. Chester kann man das... Ach, egal. Okay, wir wollen ja auch nochmal. Dress kann ich momentan den Hut machen, bringt aber nicht viel, mach ich deswegen auch nicht. Refine, das Schild, die wooden Wall bringt mir auch nicht viel. Äh, Bird Trap. Kann ich mal eine machen. So, Bird Trap. Und einen Kompass kann ich auch mal machen. Moment. Okay. Äh, jetzt nehme ich mal die Bären alle mit. Oh, oh. Guck mal, was ich da eingeschlichen habe. Guck mal, was ich da eingeschlichen habe. Ich glaub's ja nicht. Da hat sich hinter unserem Bärenbusch so ein Ding angeschlichen. Nichts mit Drop. Nichts mit Drop. Oh mein Gott. Ja, bei der ist es übrigens wirklich so ein Go for the Ace, weil... Door. Weil wenn das Ding zu lange hier sitzen bleibt, dann könnt ihr euch gedroht von eurer Heimat verabschieden, weil das Ding produziert um sich herum Augen, die, ähm, ja, euch attackieren werden. Und dann sind immer mehr Augen, immer mehr Augen. Und irgendwann sind's dann halt, weiß ich nicht, wieviel das werden kann. Wenig war's auf jeden Fall nicht. Thermal, Rainometer. Gut, okay, ja, das ist schön. Strukturs. Äh, Wundenwall brauche ich jetzt auch nicht. Äh, ne Long Suit kann ich machen. Die ist ziemlich gut. Moment. Ich würde gerne eine Kiste machen, muss ich merke ich, überlege ich gerade. Strukturs. Eine Chest. Wollen wir mal das? Und dann mach ich mal eine Kiste. Moment, eine Kiste. Plack. Und in diese Kiste kam nämlich jetzt das ganze Grün... das ganze Nahrungszeug wieder rein. ...die wir das vorher schon mal hatten. Plack, plack, plack. Ne, das nicht, aber die brate ich jetzt so. Und auch die. Super. Hier unten sind noch zwei nicht verriebt, wie fleißt den Marshall immer. Plack, plack. Und dann kann ich hier, Moment, das erstmal wieder rein. Flupp, 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 flupp. Das kommt mit hier rein, weil das baue ich gerade überhaupt nicht. Dann sind wir nicht wie das und das und... und... Dinge... Der Rest kann ich echt gut brauchen. Ja, Mensch, stopp. Ich brauche natürlich die Samen jetzt so. Die blend ich hier. Und dann kommt hier der Ferry-Fileis. Mensch, stopp, hallo. So. Und da ist ein Vogel, der ist nicht weggefallen. Sehr schön. Wo ist denn die Vogelfalle? Wo ist die Achter? So. Mörder, kick meine Fehler aus. So, wir gehen jetzt mal hier für das Holz. Da ist schon der nächste Vogel dran, ne? Ich mach schon weg, bevor irgendein Baum-Mutant wieder entsteht. Im Camp möchte ich so ein Ding nicht haben, also ganz ehrlich. Ich sag gar nicht mehr schöner aus vorstellen, als... in meinem Lager so einen Baum-Mutanten zu haben. Die waren jetzt so provisorisch hier angepflanzt. So, die Stümpfe muss ich dann später wegmachen. Ähm, jetzt kann ich momentan... Kann ich wieder so ein Ding machen? Ne, kann ich nicht. Was brauche ich denn dafür? Was brauche ich... Puh, sollte ich jetzt ziemlich einfach kriegen. So, wenn wir mal schauen, ob hier unten sich das regeneriert hat. Ja, super! Wäre echt gerne, wenn ich noch zwei Farben rauskriege, bevor es dunkel wird. Also nicht jetzt bevor die Dämmerung entsteht, sondern bevor es sich dunkel wird, meine ich. Weil das... ja, genau. Genau, jetzt vergib ich mich. So... 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 Fugel Muchweil wieder... Die Gubel wurde wieder aufgestellt... Falle wird gelegt... Fugel wird ermordet und wir kriegen eine weitere Feder aus, Crimes & Feder... Jet-Feder. Legen wir mal ein weiteres hier rein Und jetzt müssen wir mal gucken, der Kürbus ist fertig So... wir können noch ein weiteres beat basteln dafür den kürbis können wir hier gebraten und essen das machen wir noch so, die Möhren würde ich mal noch nehmen ok Okay. Nelok, sweet, Mario.